Yo Leute, was geht? Wir sind zurück bei Let's Play Fluff! Ja, in der letzten Aufnahme, beziehungsweise gerade noch eben, habe ich ja gesehen, beziehungsweise gemerkt, wir haben gar keinen In-Game-Sound. Was ist denn da los? Ja, habe ich gar nicht gemerkt, weil ich so viel zu erzählen hatte, Freunde. So viele Neuigkeiten und so viel in meinem Kopf, was alles rumschwirrt und raus will. Aber ihr hört schon, In-Game-Sound ist wieder da. Problem gelöst, Mama. Und ja, wir fliegen jetzt immer noch zu den Wheelams. Jetzt passt hier alles wieder, ihr seht, keine Aufnahme, kann perfekt laufen. Immer kommt irgendwas dazwischen. Hm, schlimm sowas, ne? Freunde, schlimm. Einige haben mich drauf angesprochen. Heiksun, deinen Mauszeiger sieht man gar nicht beim Aufnehmen. Was ist denn da los? Bist du irgendwie doof oder so? Ja, bei meinem Aufnahmenprogramm, MSI Afterburner, Da kann man wirklich den Mauszeiger nicht aufnehmen. Ohne Spaß, ich lüge euch nicht an, könnt ihr gerne googeln. Ähm, da kann man den Mauszeiger tatsächlich nicht mit aufnehmen. Ähm, tja. Ist natürlich jetzt suboptimal, Freunde. Kann ich jetzt erstmal nichts dran ändern. Ich hab noch eine andere Software ausprobiert. Open Broadcast Software, heißt es, glaube ich. Ja, die ist auch richtig episch, aber, ähm, erstmal bin ich mit der noch nicht so vertraut. Oh mein Gott, jetzt haben wir Bass vergessen. Die normalen NPC-Bass. Beziehungsweise ich hier nicht. Auf jeden Fall habe ich das, ähm, ausprobiert. Geht auch soweit, aber, ähm, erstmal nimmt er nicht in meiner passenden Auflösung mit auf, so wie ich das haben möchte. Und der nimmt Flüff im Game-Modus gar nicht auf. Stört mich auch so ein bisschen, Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja, deswegen kann ich gerade wirklich die Maus. Ich hab kein anderes Aufnahmeprogramm. Ähm, wenn ich das mit Flüff auf jeden Fall noch deutlich länger machen sollte, dann, ähm, werde ich mir auf jeden Fall ein Aufnahmeprogramm kaufen. Sei es Fraps oder DxStory. DxStory, heißt es, genau, DxStory. Ähm, Fraps, DxStory, werden wir sehen. Werde ich mir dann auf jeden Fall auch kaufen. Das ist dann gar kein Problem. Und dann werden wir solche Probleme auch nicht mehr haben, Freunde. Ist jetzt halt erstmal am Anfang. Ihr wisst, ähm, zu dem Zeitpunkt übrigens, wo das Video rauskommt, jetzt bin ich noch ziemlich am Anfang. Ähm, kann natürlich sein, dass ich irgendwann ein paar, äh, Abonnenten mehr habe. Und ihr guckt euch das Video an und denkt so, Leute, der hat doch ein paar Abonnenten. Warum labert der so, als hätte der nicht so ganz viele? Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Da, äh, ich verdiene ja auch mit YouTube gar kein Geld und gar nichts und bezahle das natürlich alles von, aus meiner eigenen Tasche, aus meinem Gehalt. Ähm, Ausbildungsgehalt hat. Ist natürlich jetzt keine Million. Kann ich ja wieder ausmalen. Und, ähm, ja. Da kann man, kann man natürlich auch mal was ausgeben, aber ich möchte das natürlich auch nicht in den Sand setzen, Freunde. Ist natürlich ganz klar, weil man hat ja nicht Geld zu verschenken. Wenn ich jetzt irgendwie viel netto im Monat hätte, dann könnte ich auch 20 mal Frits kaufen. Das wäre mir völlig egal. Aber, ähm, ja, Freunde, der Führerschein kostet Geld, ne? Viel Geld sogar. Und wenn man das in Verbindung mit dem Motorradführerschein macht, kostet das sogar Geld zum Quadrat. Also extrem teuer, ne? Ähm, die, die, äh, Motorrad und Auto zusammen machen, die wissen, was das kostet. Kann auch schon mal in die Richtung 3000 Euro gehen. Je nachdem, wie man sich anstellt. Und, ja, das ist natürlich kein Pappenstil. Ich denke mal, die meisten von uns werden das nicht mal eben so auf dem Festgeldkonto haben. Und, ähm, ja, dementsprechend muss man natürlich auch ein bisschen Sparger mit seinem Geld umgehen. Sollte man ja sowieso, ne? So, jetzt haben wir hier die 20 vor 20. Jetzt müssen wir zum Topfhändler, der war ja da hinten irgendwo. Diese Musik, ne? Richtig Oldschool-mäßig. So, Topfhändler, Ola. So, da sind wir angelangt. Oh, dankeschön. Durch dich bin ich nun außer Gefahr. Zumal, die Wroth, oder wie die heißen, die sind ja viel näher dran, ne? Ist okay. Nachdem die Anzahl der Monster stetig ansteigt, gibt es hier nur Massen an Whelam. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Wenn du nicht da gewesen wärst, seit wann schreibt man das zusammen? Hätte es schlimm ausgehen können. Ist die Suche nach Evilis abgeschlossen, sind die Aufzeichnungen entziffert? Ich hoffe, dass ihr das erhaltet, was ihr euch erhofft. Gehen nun zurück zu Handel. Sie sollte mit ihrer Arbeit fertig sein. Machen wir, gar kein Problem. Ich hab grad sogar so ein bisschen mit meinem richtigen Auge so hingelupscht und wir haben sogar ordentlich XP noch bekommen. Ich glaub, wir kommen durch die Quest alleine schon locker Level 60. So, wenn ich jetzt... Handel war da oben, glaub ich, ne? Ja, genau, da oben war die... Die wird mir auch gar nicht angezeigt, die Alte. Jetzt hab ich die Quest hier schon wieder nicht mehr rechts. So. Doch, da, jetzt wird's mir angezeigt. Ist Handel der oder die? Ich mein, als, äh, Nom, der Handel ist klar. Aber wenn's jetzt als Person ist, weil die Person heißt ja Handel, ne? Ob's ne Frau oder ein Mann ist, das weiß ich jetzt grad gar nicht. Muss ich erstmal gleich gucken, würde mir interessieren. Ob Handel männlich oder weiblich ist. Im Sturzflug fliegen wir darauf zu. Bei den ganzen Lowey-Monstern hier. Ist ne Frau. Handel. Okay, schöner Name, bei dir läuft. Ah, schön dich zu sehen. Ich bin soeben mit dem Entziffern des Textes fertig geworden. Warum ich so erbost bin? Das Ergebnis ist nicht das, was ich mir erhofft hatte, Mama. Record of Ivelis sind die Aufzeichnungen, die Ivelis zurückliest, bevor er starb. Es sind eher Prophezeiungen und Flüche von Ivelis. Laut den Aufzeichnungen hat Ivelis die Saat des Bösen über ganzes Matrigal verteilt. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden die stärksten Monster emporsteigen. Das kann kein Zufall sein, dass die Zahl der Monster und deren Stärke zunimmt. Sag Rayronen so schnell wie möglich, was wir herausgefunden haben. Und sag ihm auch, dass wir schnellstmöglich den Rest der legendären Helden finden müssen. Den Rest, was nur übrig geblieben ist von den Helden. So, wir hatten gerade 38, selbst für diesen Piss haben wir schon 3% bekommen, wo wir nur von A nach B geflogen sind. Und das mit Level 59. Wir hätten ja viel mehr bekommen, als wenn wir noch lower wären. Freunde, also es kann sich keiner beschweren, dass man ohne diese Quest nicht mehr hochkommt. Oder mit dieser Quest. Die Lady und die Wahrheit. So, du konntest Handel ohne Probleme helfen? Was? Das stand in den Aufzeichnungen von Ivelis? Es ist nun dringender, als ich dachte. Es tut mir leid, dass ich so viele Dinge vor dir verheimlichen musste. Da wir aber nun Partner sind, werde ich dir mehr erzählen. Ich bin einer der 8 Helden, die Ivelis zur Strecke gebracht hat. Das ist der Grund, warum ich dem alten Wissen wiedergeboren wurde. Handel und Heil sind auch legendäre Helden. Wir sind Ringmaster, Blade und Knight, die Ivelis getötet haben. Ich denke, es gibt einen Grund, warum wir mit dem alten Wissen wiedergeboren wurden. Und dieser ist wohl das, was du mir gerade berichtet hast. Madrigal und von der Zerstörung beschützen. Das ist auch kein Satz. Madrigal und von der Zerstörung. Wir müssen schnell die einstigen Helden zusammenrufen. Ich denke, dass sie das Ungleichgewicht der Macht ebenfalls spüren. Ich hörte, dass einige in Darko leben. Kannst du das bitte überprüfen? Bitte, Weile. Das ist auch so was. Wir machen hier die Drecksarbeit und die sagt mir einfach mal nichts. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Und so, die sagt mir einfach nichts. Ist ja, ich will know what I'm in. Kann man ja hier mal die Drecksarbeit machen. Drecksarbeit. Mein Gott. Entweder liegt das an meinem Sommerurlaub, den ich letztens hatte. Ich bin ja, ich gehe jetzt wieder arbeiten. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das Deutsche ist immer noch. Ich hoffe, das verbessert sich im Laufe des Let's Plays noch. Oder ist das schlechter. Sie können natürlich auch sein. Flüffpaar 200. Heikso ist Start. Da bin ich richtig sprachgestört. So, wir holen uns jetzt erstmal Basti ab. So, jetzt hab ich gar nicht geguckt, was müssen wir machen. Treffe Bürgermeister von Darkon. Wo steht der wohl, Freunde? In Darkon. Das ist aber das erste Mal, dass wir nach Darkon fliegen. In diesem Let's Play. Beziehungsweise nach Darkon uns teleportieren. Oh, so ein Kaffee, der schmeckt aber auch, ne? Ich bin richtiger Kaffeetrinker. So, das ist Darkon, Freunde. Das ist meine Lieblingsstadt bei Flüff. Ihr müsst euch das vorstellen. Das ist jetzt nicht mehr so, weil... Es hat sich einiges verändert. In Flüff, früher in Flüff, wann war Darkon die Shopstadt? Das war alles voll mit Shops. Alles. Alles. Freunde, ich hatte damals von meinen Freunden den besten Computer. Und es hat hier geruckelt. Wie sonst was. Ich konnte nicht so nach vorne gehen, ohne dass sich alles geruckelt hat. Es standen hier locker 300, 400, 500 Leute. Ungelogen. Shop an Shop. Ungelogen, Freunde. Die, die Flüff von damals kennen, wissen, was ich meine. Und ich stand immer hier so ungefähr. Hier stand ich immer mit meinem Shop. Schön hier. Und dann habe ich Shop aufgemacht. Warum? Und dann kann ich auch, dass wir das jetzt schon gut machen. Und dann... Und dann... Und dann...